Der Tod von Jens Büchner ist für seine Familie immer noch kaum zu ertragen. Im November 2018 erliegt der Kultauswanderer einem Krebsleiden, im Alter von gerade einmal 49 Jahren. Vor allem seine Frau Daniela und die Kinder vermissen den sympathischen Wal-Mallorquiner fürchterlich. Seine Liebste teilt nun ein Video, das uns fast das Herz zerreißt. Es zeigt den fröhlichen, pleite, aber sexy Sänger am Strand von Mallorca. Mit seinen jüngsten Kindern, den Zwillingen Diego und Jenna, spielt Jens im Sand. Daniela liegt im Wasser und sieht ihren Liebsten zu. Ein kleiner, privater Moment, der zeigt, wie Jens Büchner wirklich war. Nämlich ein Familienmensch durch und durch. Genau ein Jahr ist es her, dass diese Aufnahmen entstanden sind. So unbeschwert, so fröhlich geht es seit seinem Tod im Hause Büchner nicht mehr zu. Und trotzdem sind es kleine Erinnerungen wie diese, die Jens für immer unvergesslich machen.